Wer kennt mich nicht? Ich bin nicht von fucking Jared. Das ist ein Foto von mir und ich haben gepinkelt auf Jim. Was machen wir denn alles? Hier nochmal ne Runde. Egal. Zu pinkeln. Zu gehen in deinen Chefs und auf seine Strat-Tisch und overall und auf den Chefs. Damn. Das ist knapp, das ist knapp, das ist knapp.